Ich hab das einfach mal so genommen. Ich hab mal ne neue Aufnahme gestartet. Das heißt also für die, die auf YouTube mit dabei sind, das haben wir ja vorhin gar nicht vorgestellt, mit dabei sind der Tarindor, der Rawhide, der Crispy und meiner einer, der gerade den Abgang gemacht hat. Oh Scheiße! Das ist ein guter Start, Gerke! Ich bin grad in so nem seelischen Abgrund gefallen, ich weiß auch nicht. Ach, das musst du mal machen, da? Du Lacker! Hey, lass deinen Meister gewinnen, ja? Welch Meister? So, Rawhide auch mal ein bisschen lauter gestellt. So, so müsste das hinkommen. Wuhuu! Ey! Au! Das war voll das Fail. Das hab ich mir aber auch grad in der... Ich hab einfach keiner was sagt. Nein! Ja! Das war so doof! Wie cool war das denn? Warum, warum seid ihr genauso schnell wie diese Kugel? Ich find das nicht gut. Warum hab ich keinen Boost? Das find ich auch nicht gut. Könnt ihr euch nicht ein bisschen prügeln oder so, dass ich hier wieder beikomm? So ungefähr? Yes! Aber! Oh, okay, auch gut. Wuhuu! Ja, hab ich gerne gemacht. Ich bin ja ein netter Mensch. Weil du so nett bist, darf ich nicht mehr nach vorne, danke. Ja, ich, ich, ich helf doch gerne. Ich, ich, ich helf doch gerne. Ich, ich helf doch gerne. Nein! Ja! Wuhuu! Hallo BrandyKi und willkommen im Stream. Tarin, doch aus der Win! Und Lucky Crafter postet mich gerade. Äh, vielen Dank. Cool! Lucky! Da Sachen gibts? Mhm! Hallo! Sag mal! Spinnt ihr? Das ist euer Tod. Nein, stimmt. Hä? 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 Was macht ne Kosmolata gerade? Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Hä? So ungefähr. Seht ihr das auch so? Nee. Dieser eine Einzelne, die sich nicht mehr verändert, das Bright Day durch die Gegend wackelt? Nein. Wie geil! Du hast gewonnen! Unglaublich. Tarin, doch spielen wir noch, äh, ETS? Ja, spielen wir vielleicht noch. Äh. Erstmal das coolste Spiel auf Erden. Äh! Sag mal, jetzt, seit wann häng ich hier denn fest? Oh! Okay, immerhin gewinnt Tarin, du, jetzt nicht mehr. Das ist schon mal sehr viel wert. Was? Ja, ich darf nicht auf den Chat gucken. Ja, ich darf nicht auf den Chat gucken. GZ Chris Monaut. Hahaha. Au! Ey! Was macht das eigentlich? Ich will jetzt gewinnen, ich gucke jetzt nicht auf den Chat. Leute, die mich zurückstoßen, das macht das. Achso. Ja, dann ist es ja gut. Nein! Boah! Warum muss das schon hochgehen? Ja, natürlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Nein! Au! Tarindoor! Oh! Oh! Meine Trogwelle hat euch wieder nach hinten geschleudert. Ja, gerade gemerkt. War gut, ne? Ne. Hab böse. Tarindoor forse win. Tarindoor forse win. Tarindoor forse win. Tarindoor forse win. Mach ich doch! Oh! Scheiße! Wo geht's lang? Ich will dazu. Kerke? Ja, ich hab grad ne Nachricht bekommen vom Ismo übrigens, der gerade GTA spielt mit seinen Leutchen. Oh! Oh! Was ist das für ne blöde Map? Ich hab grad also noch zurückgeschrieben, dass ich grade streame. Aber, ähm, falls ihr das hier sehen solltet, weiß ich ja nicht. Grüße gehen auf jeden Fall raus. An Ismo, Wokko und Ela. Hallo! Mit Ismo und Wokko hab ich ja schon aufgenommen. Uhu. Ja, weiß ich. Feuerwehrfahrzeuge, ne? Ja, müsste ich eigentlich auch mal wieder mit denen. Also, ähm, wir haben die Fahrzeuge ja noch nicht gegeneinander verwendet. Ja. Inzwischen hat sich so viel in der Engine getan, dass man die auch ziemlich krass verbessern könnte. Wir haben den Multipla auch hochgeladen, extra für dich, ne? Du musst auch annehmen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, du musst noch annehmen, ne? Also ich mein, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Doch, doch, ich hab dich auch von Quackers Folge extra erwähnt, ja? Ganz häufig sogar. Danke. Also ich wollte das nicht alles... Ey! Sehr schön, sehr schön. Direkt hier nach vorne. Da achte ich einmal nicht da drauf und dann kommt hier sowas bei rum. Und er wird, ja. Hm. Nein. Speed. Huh. Was stimmt denn nicht mit dir? Ah, Speed. Was stimmt denn nicht mit euch? Keke, mach ihn fertig. Aber gerne doch. Wuuuh. Speed. Nein! Yes! Okay, sehr schön. Äh. Entweder hat Tarindo heimlich geübt oder Kerkleid auf YouTube und die Stellen hoch, wo er gewinnt. Äh, ne. Ich hab tatsächlich alles das hochgeladen, was wir gespielt haben. Hm. Ich hab auch nicht, ne, Crispy? Ich hab auch nicht, ne, Crispy? Yes! Äh, ich hab grad auf Crispys Figur geachtet. Aber ich hab doch auch schon so ein paar Mal gewonnen. Also ich seh jetzt nicht den Widerspruch, ehrlich gesagt. Hanne, bin ich so gut. Wuuuhuuu. Nein! Ähm. Apropos übrigens. Yes. Ja, warte ich. Ich hol auf. Aua. Nein! Hä? 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 Ich kann mich nicht mehr... Ich kann mich gerade gar nicht mehr bewegen. Ich hätte dich zurückgesch... äh. Aua. Ja, aber ich konnte mich auch danach nicht... Jo, das... das bin ich auf jeden Fall mal sehr elegant gewonnen. Da gibt es nix. Cheater. Danke. Okay. Sag mal, was ballert ihr denn immer auf mich? Piu. Ich hab auch Gefühle. Ah! Welche Gefühle? Löse Raketen. Nenn mal zwei. Ich nehm alle Dinger unten mit. Tut 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 tut. Nein. Meins. Na. Pfff. Danke, Rohit. Argg. Oh, ich hab Glück gehabt. Piu. Piu. Ihr habt daneben auch vorbei. Allerdings. Was? Nein. Falschtaste. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wie oft ich in diesem Spiel hier falsche Tasten sage. Falschtaste. Vergiss es. Edge. Das gibt's auch nicht. Aber. Edge. Autsch. 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 Man darf einfach nicht zu gehässig sein in dem Spiel. Das rächt sich sofort. Aber es macht Spaß. Mh. Nein. Komm schon. Yes. Hahaha. Tschau. Glückwunsch. So, das ist zum Thema einfach nur Pech jetzt. Das hab ich auch mal wieder gewonnen. Danke. Ja, wir haben dich gewinnen lassen. Hahaha. Ja, wir haben dich gewinnen lassen. Hahaha. Neue Map, Urlaubsort. Was habt ihr? Hahaha. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut, ne? Hm. Kann nichts. Hm, 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 hm. 3, 2, 1, Urlaubsort. Juhu, ne neue Map. Fang mal. Öh. Die war gar nicht gut von euch. Yes. Meine Nase juckt. Das wird schlimmer. Und das einfach funktioniert hat. Wenn man hier den Worms einmal raus hat, dann funktioniert das hier auch, ne? Boah. Nein. Uh. Dich wollte ich natürlich nicht treffen. Boah, welch epische Musik gerade bei mir im Hintergrund. Das finde ich immer richtig schön. Yes. Aua. Nein. Egal. Geht, 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 geht. Ich hab sehr wohl gesehen, dass du diesen Haken hast, Tarindor. Und das gefällt mir gar nicht. Egal. Sorry, Rohrheit, aber besser als nächstes. Ich merk schon, ich hab hier keinen Welpenschutz. Hab ich auch nicht, Gott. Hier geht's weiter, okay. Ah. Wow. Hallo. Das war gut. Äh, durfte gerade eben der Haken. Wuhu. Hey. Oh, das Game ist einfach so schön, um gehässig zu sein. Ohne Witz. Ah, ich kam gar nicht mehr so schnell rum. Spiel doch, äh, noch was anderes. Spiel mir doch noch. Machen wir, machen wir. Ja, wir haben doch gerade erst angefangen. Wiss ich, was ich gerne mal spielen würde? Was denn? Quasi das Spiel? Hallo. In Ego. Oha. Oh mein Gott, kotze. Dann kotze ich aber. Ähm, so ein Mirror's Edge mit, äh, mit PvP. Und dann noch alles in VR, oder wie? Sag mal. Ja, dann, dann, dann brech ich aber wirklich. Oha, ich glaube, ich würde auch kotzen. Was ein Glück, ey. Ey, fang mal. Nein. Mit VR? Oh. Fangen wir mal hin. Jahu. Nein. Verschossen. Egal, ich bin vorne. So, mit ein bisschen Glück kann ich jetzt hier, na. Ja, so geht das. War nicht so wirklich gut, zugegeben. Ah, das war jetzt auch nicht so gut. Yes. So geht das doch. Ich schieße einfach mal blind in die Luft. Vielleicht bringt's ja was. Ja, sieht auf jeden Fall spannend aus, was wir da machen. Vielleicht treffe ich ja was. Warum kann Chris für mich so viele, äh, Kisten ablegen? Ähm, da gibt's verschiedene. Manchmal hat man nur eine, manchmal hat man drei. Das sind unterschiedliche Sätze. Hier hätte ich zum Beispiel auch nur eine. Äh, äh, wo geht das hier lang? Ähm, ach so. Oh nein. Okay. Ja. Oh. Ja. Nein. Mein Gott. Yes. Nein. 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 Speed. Nein. Los, Chris B. Los, Kern. Komm schon. Oh Gott. Ach, hier geht's lang. Okay. Nein. Oh. Oh. Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Duell. Oder wie war das? Ja. Oh Gott. Gehst du? Warte. Na. Fuck. Ja. Crispy. Crispy, GG. Aber auch, aber ernsthaft. Chapeau. Wirklich. Oh. Wasser in Lauf, ey. Das ist geil, das ist geil. Kann man nichts dazu sagen. Ja, einfach aber gut, ne? Ja. Oh, boah. Warte, die Kisten hier so günstig platziert, bitte. Ich schmeiß nur noch ein paar dabei. Aua. Aua. Wollt ihr einsammeln? Kann man sicherlich noch recyceln. Bestimmt. Du bist so ein Umweltschützer. Ich bin stolz. Ah. 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 Das ist geil. Na. Pfff. Oh Gott. Na, wolltest du wohl zu viel, wa? Offensichtlich. Nein! Oh. Schön. Oh Gott. Das war ein Eigentor. Das war ein Eigentor. Das war ein Eigentor. Ich, ich zahl auch nicht dafür, dass er so spielt. Ne, ne. Ne, ich bin wirklich so, also. Weißt du nicht? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Oh, ich hasse diese Stelle, weil ich die immer, weil ich hier immer zu lahm bin. Also, die stellen, wo man sich so schön schwingen kann, die hab ich inzwischen ganz gut raus. Oh. Das hab ich grad den Kosmonauten geboostet mit dem Sprengsatz. Ja. Die passend. Die bezeichnend. Tut mir leid, Crispy. Ja, du kriegst das auch ruhig zurück. Woo. Sehr schön. Wow. Woi. Nee, ist klar. Kamiamiha. Nein! Augen gegen die Strecke jetzt nach oben. Find ich nicht gut. Fang mal. Bye. Ey! Fang mal. Was? Warum hat die dich nicht erwischt? Ich war doch genau drauf. Danke, 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 danke. Ja! Oh, nee. Ich hab noch keinen Stern. Oh. Hey! Ah, nein! Ich bin nicht im Game! Weil ich eben auf dem Chat da zulassen gedrückt hab. Warum? Wie, warum? Da stammt Lüpf und Schnucki! Ja, warum schreibe ich wieder so viel? Ja, warum schreibst du? Obwohl, ich schreibe weiter, also dann verliert Daniel. Oh, hey! Wuh! Okay, ich hab so eben meine Raketen. Wer, wer liegt hier immer die Kisten an dieser Ecke? Ich! Was ist los mit euch? Wuh! Ah, ich bin für Kerge. Ich bin für... Du bist dafür, ich bin auch für Kerge. Ja! Los! Weg mit ihm! Los, Kerge! Nein! 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 Ich wollte Kerge! Ich war einfach... Mann! Was denn? Selbst rausgeschleudert. Das Game ist zu geil. Aua! Wenn's Headshot-Bony gäbe, dann hätte ich jetzt einen bekommen. Ich muss gleich mal das Lied wechseln. Die dauert schon wieder zu lange. Aua! Das Lied kann ich aber nur wechseln, wenn ich frühzeitig rausfliege. Und natürlich passiert mir das ja nicht. Hey! Nee, du bist ja auch Profi. Allein für die Aussage müsste ich jetzt sofort rausfliegen. Ja! Ja! Machen wir gleich. Irgendwann hin, ne? Oh ja. Nein! Aua! Oh, danke! Ach, immer gerne. Ich helfe doch gerne. Dafür bin ich da. Hui! Oh, fuck. Das war mein Tod. Oh, wie's abging. Äh, Crispy? Kiste. Ja? Kiste! Nein! Oh, ich hab sie gefangen! Egal, wer gewinnt. Nein! Du bist, äh, Pummel-Fee, du bist doch von Lucky Magic, oder? Soweit ich weiß. Pummel-Fee von Lucky Magic. Glaube ich. Ähm. Autsch. Viele Kisten hier rumliegen. Was macht ihr? Oh, 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 oh. Aaaaaaah. Yes! Na gut. Zurecht verdient. Glückwunsch. Wuh! Ach, im Chat steht's auch. Ich glaub immer noch an dich, Kerl. Oh, das ist doch schön. Ja, ich hab die Bombe freigeschalten. Ich hab, ich möchte zum Vergnügen... Ich hab zuhause auch so'n, so'n, so'n Seil. Ähm. Welches? Na, dass ich die Leute einfangen kann. Ja, mit Fächeln. Ach so. Äh, ne, guck aufs Handy, du Nase. Ja, Frau Nase. Was? Ich hab doch jetzt kein Handy. Also, ich krieg ja so viele Frauen am Tag. Ja, da, da, da kann das... Oh, nein, scheiße! Sorry, ich musste grad mal mein Ego polieren. Ah! Toll. Ui! Nein, das war Spaß natürlich. Oh. Ah, hier auf der Map sind wir mal wieder. Alles klar. Äh, Dani, was ich jetzt sagen... Nein? Hm, so. Ich hab's vergessen. Ja, ich auch. Was ist das denn, Vergnügungspack? Ähm. Nein, das war so schön gemein. Oh. Oh, scheiße. Mach mal. Wie gut das Spiel das so rum gewertet hat. Das war jetzt mein Glück. Ah! Okay, ich bin raus. Was war das? Also, ich will euch natürlich auch mal ne Chance geben, ne? Ah! Ist okay. Ja, find ich auch, find ich auch. Sehr nett. Kann ich aber nochmal mein Mikrofon so ein bisschen einrichten und so. Ah, so. Besser. Heike? Mal wieder ins Spiel reinklicken, damit gleich meine Steuerung auch funktioniert, wenn's weitergeht. Na? 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 Oh! Danke! Darin war GG? Äh... Hä, warum leist du? Sprechen wir nicht darüber. Darin war, das war glaub ich nix, ne? Nee, der konnte nicht lang. Ah! Ja! Der Kosmonaut! Ich darf wieder nicht. Ja, er fällt rum. Hat der Ivan uns fertig gemacht. Ja. Fangen mal! Wer geht's? Uh! Ja! Au! 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 Autsch! Aua! Aua! Er ist raus! Au! 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 Du Cheater! Du Cheater! Du Cheater! Wie ging das? Du weißt... Du weißt... Wir wollen schon wieder falsch rumlaufen! Genau! Nee, ich wollte das Item einsammeln! Ich wusste nicht, dass ich noch eins hatte! Ja, ja, ja! Nein! Hey, ich bin blöd, aber nicht ganz blöd! So! Ich antworte darauf jetzt, ne? Hey, danke schon! Hui! Das war ja eben... mehr Glück als Verstand! Autsch! Ah, ich muss hinterher! Ich muss hinterher! Ich hab keine Zeit! Ich hab keine Zeit! Nein! Okay! Ja, ja, ja! Nein! Jetzt weiß ich, wer du bist! Herz! Dieben! Los, Rohide! Ich glaube nicht! Ja! Ich hätte nicht springen dürfen! Dieser Kosmonaut, Alter! Aber Pummelfee ist doch gar kein treffender Name! Ah! Was denn er? Was? Er? Ach, egal! Du bist ein Pummelfee, ja! Ich! Oh! Ey! Ich wollte doch oben lang! Nein! Ich wollte oben lang! Was soll denn der Scheiß? Wer macht denn da die Tür auf? Ich! Oh, Mann! Küsby! Nein! Oh Gott! Yes! Nein! Scheiße! Wie schlecht war das denn? Tarindo hat verkackt! Tarindo hat nie verkackt! Ah! Doch! Den Start! Hä? Bin doch noch voll am Start! Oh! Ah! Oh! Sieht man! Scheiße! Das mit dem Lesen ist doch gar nicht so einfach! Ich kann nicht lesen! Mann, mir wird voll warm! Fang mal! Was? Ich würde unten landen! Nein! Na! Ich bin raus! Doch, halt! Fang mal! Ich will dir keinen Druck machen, aber du musst jetzt gewinnen! Aua! Yeah! GG! Sehr gut! Sehr gut! So, jetzt Tarindo nochmal und dann machen wir die Entscheidung hier! Ja, jetzt darf ich nicht mehr auf den Chat achten! Was bin ich vor, dass ich keinen Chat habe? Mann, warum springe ich immer dagegen? Warte! Nein! Ja! Geht! Alles gut! Oh, was war das denn jetzt schon wieder? Ah! Ja! Ja! Nein! Hier ist euer! Nein! Oh! Wir haben es verkackt! Nein! Ja! Hallo! Ich verkacke nie! Oh, er hat auch noch gewonnen! Glückwunsch! Aber! GG Crispy! GG! GG!